In Teilen Berlins wird heute die Bundestagswahl von 2021 wiederholt. Grund ist eine Reihe von Pannen am Wahltag vor zweieinhalb Jahren. Zur Stimmabgabe aufgerufen sind rund 550.000 Wahlberechtigte. Betroffen ist ein Fünftel der ursprünglichen Wahlbezirke. Eine Veränderung der Mehrheitsverhältnisse im Bundestag wird nicht erwartet. Möglich sind aber kleinere Verschiebungen bei einzelnen Abgeordneten. Bei der Wahl im September 2021 hatten sich vor einigen Wahllokalen in Berlin lange Schlangen gebildet. Grund waren unter anderem fehlende oder falsche Stimmzettel. Das Bundesverfassungsgericht entschied später, dass die Wahl deswegen zum Teil wiederholt werden muss.